GameKeys und GameCards. MMOGA. Dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Fucking Nate. Uh, Doppelkill mit der Nate aber. Allerdings von mir diesmal. Kann man mal so machen, sag ich da nur. Kann man mal so machen. Ja, wir werden gerade ein bisschen überrannt hier. Und bei den Saiten. Schmeißen einfach mal hier eine Nate raus. Und natürlich muss man mit einer RPG hier spielen. Ich meine, wer spielt hier nicht mit einer verkackten RPG? Also wow, das ist schon echt hart, dass man so tief sinken muss. Nur einen Hitmarker bekommen. Ganz gute Pose hier, aber durch die RPG ist gefährlich, sobald mehrere Leute hier an einem Ort stehen. Sind wir ehrlich, ich meine, ein RPG-Schuss gegen die Wand, ich bin tot. Willkommen im Hardcore-Modus. Aber, anscheinend ganz okay hier. Natürlich nicht unser Luftschrank. Halten uns aber noch entsprechend gut. Und jetzt natürlich wieder RPG-Kill. Kommt. Das einzige mit was sie Kills machen. Anscheinend. Einsichtig. Viel Wall-Spam natürlich. Wie sollte es anders sein. Und nur mit RPGs. Aber, das kann ich natürlich auch. Und ich finde es lustig, dass mich hier drin eine Granate tötet. Okay. Ich hoffe, das mal was Neues allerdings. Okay. Hallo. Schön, dass du eine fucking RPG wegscheuerst. Idioten. Ähm. Ich möchte mich nicht beschweren. Ich meine, das läuft im Moment ganz okay für mich sogar. Dafür, dass ich nur RPGs gegen die Spielen habe, so wie es den Anschein erweckt. Aber. Gut. Man nimmt, was man bekommt. Das war durch die Wall, oder? Das war sowas von durch die Wall. Natürlich. 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 Ich weiß nicht, wo ich mich platziere. Ich mag hier draußen überhaupt nicht. Und jetzt kommt auch noch ein verkackter Luftschlag. Der mich aber nicht triff. Was mich auch immer gerade geschildert hat, natürlich. Hops. Und noch mal weggeholt. Ich kriege, glaube ich, auch nicht den richtigen Kreh hier raus. Na ja, egal. Das war die Runde. Ich bedanke mich natürlich für den Wunsch. 15 zu 12. Nicht das Beste, was passiert. Schreibt mir eure Wünsche. Lasst einen Daumen nach oben da. Und vielen Dank noch mal für den Wunsch und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.